so ich hab mir gerade mal was zu trinken geholt hinsetzen kopfhörer auf cam an nein kein mache ich nicht ja ich habe mir gerade was zu trinken geholt ich probiere mal keine ahnung was das ist granat guarana granat apfel mit guana heiß schmeckt gut so was auch gut ist es far cry 3 und deine fußpilze habe ich gesammelt oh jason was für eine überraschung ich hab was feines für uns gebraut während sie weg war äh und das mädchen ist jetzt sie ist jetzt wach sie hat aber starkes fieber oh wo sind denn meine kleinen freunde oh ja die habe ich schon genommen ich habe die pilser wunderbar geben sie her ich brauche bloß noch ein paar minuten um die medizin zuzubereiten los sind sie noch hier schuldigung wo sind meine kleinen freunde die habe ich schon genommen ach alter der typ der ist einfach so geil der erneut daisy Donald ist da das macht mich glücklich der dokter ist echt ein freak ach der ist harmlos sogar echt nett eigentlich er hat mich hergetragen ich bin aus dem konvoi geflohen dann bin ich ohnmächtig der dokter hat mich gerettet schön dass du es geschafft hast ja das war echt hart hier jason was ist grant er ich bin aus dem konvoi geflohen es tut mir so leid also das war es dann ich ich bin aus dem konvoi geflohen was ist das kommst du hier klar ich muss mit dem dokter über die anderen reden was ist das für ein schatten um den rum ist ja grauenvoll grüßlich ich kann mir nicht erlauben was gefangene aufzunehmen seine männer kaufen schließlich immer bei mir ein dann ist es der sicherste ort hier würde er bestimmt nicht suchen bitte doktor er muss die anderen herbringen sonst werden sie sterben agnes hier kann ich nichts abschlagen natürlich können sie bleiben ich werde eine doppelte dosis brauchen um mich zu beruhigen ich kann klar warte hier okay ich werde die anderen finden wie geht's deinem freundin meiner freundin ja hier geht's gut dank dir dennis du hast das gemacht richtig es ist dein sieg wo sind die anderen kann ich irgendwie nach ihnen suchen gibt es irgendwas das mir weiterhilft naja die piraten haben eine satellitenschüssel für ihre kommunikation auf der medusa du könntest in den funkraum gehen und sie belauschen was ist die medusa ein schiff das in der nähe gestrandet ist und piraten bewachen es der fahrt des kriegers schießen trainiere deinen körper und dein geist wird folgen das patau wird dich weiter bringen irgendwas stimmt hier nicht wir haben nur drei waffen dann geht's weiter zur medusa neues tutorial wenn du in der story vorankommst schaltest du neue anleitungen frei stelle spritzen für temporäre verbesserungen her stelle ausrüstungsstücke her um deine inventarkapazität zu erhöhen das wurde mir schon im tutorial gesagt ihr vollidioten das war mein auto so ja also wie gesagt ich werde immer so spiele so kurz drei drei folgen ungefähr so anzocken also halbe stunde ungefähr wird ein video sein also insgesamt eine stunde 30 videomaterial von irgendeinem verkackten spiel was ich nicht kenne und ähm ja ne weiß schon das stelle ich euch dann halt so vor so einen kleinen einblick in ein spiel wo man dann vielleicht sagen könnte ja ist ganz nett zocke ich vielleicht auch mal wenn mir so ein spiel extrem gut gefallen sollte alter die musik geht auf den sack wenn die hoch äh wenn mich wenn ihr das spiel unbedingt weiter sehen wollt oder ich es unbedingt weiterspielen will mache ich da natürlich weiter ein LP draus und hm oder mal frage wie äh steht hier uah auto denn zu MMOs also online rollenspielen äh so wie World of Warcraft gibt's noch was das ist jetzt so das das beste Beispiel was mir einfallen würde also WoW oder verdammt was gibt's noch es gibt eigentlich so viele aber mir fällt gerade kein ein toll also MMOs halt online rollenspiele so wie ich weiß nicht kennt ihr mit den 2 live oder sowas habe ich zwar nicht aber keine ahnung je nachdem ob ihr bock darauf habt mache ich vielleicht Oma mach keinen scheiß ah sonne geil nur ähm natürlich nur wenn ihr einverstanden seid Far Cry 3 wird auf alle Fälle durchgespielt mir macht das Spiel extrem viel Spaß und äh ich weiß nicht je nachdem was der Release weil äh was der Release sagt denn Far Cry 4 steht ja auch bald an angeblich seit dem 14.4. schon aber das können wir uns natürlich in den Wind schießen da tut natürlich jede Firma flunkern also kein Far Cry 4 vorerst wenn Far Cry 3 durch ist früher oder später ich denke mal so einen Monat zwei Monaten wird das Spiel durch sein ähm gibt es dann entweder Far Cry 3 Blood Dragon ich sag mal das LDSC zu Far Cry 3 die Fantasy Version beziehungsweise das damalige Ostergeschenk oder wir oder wir warten oder ihr stellt mal ein Spiel vor ich such mir einen Aussichtspunkt okay leise sein gut dann heißt es wohl ab heute Schleich die Waffen sind einfach hier viel zu groß kann ich den hier irgendwie herlocken okay Jason das wird diese Piraten zu erledigen komm her Bro Funke lautlos töten komm geh weiter ja komm Biatch du weißt es nicht du weißt es einfach nicht so mein Freund zack Schlafgeräusche oh gleich looten na loote ihn also gleich gelootet äh wo ist das Schiff da ist das Schiff ich geh mal oben lang da wird es bestimmt noch mehr Feinde geben und ich vermute es nicht ich weiß es da ist keiner da ist einer rennt hier noch einer rum nur zwei Leute zwei Leute nur ei 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 gut einfache Fonds ähm natürlich müssen wir leise sein ich muss mal gucken ob ich den ich weiß nicht wen soll ich das ist blöd dass der da hinten schweißt und der hier vorne gleich ist das ist kacke ich helfe ein Stein um den Typ abzulegen ich hab schon eine eine Idee ich muss nur so er läuft jetzt noch da vorne nehm ich an genau genau ihn tun wir jetzt ablenken genau sehr gut er geht genau er geht gucken und jetzt schnell zack ich suche die Leiche des Funkers das machen wir gleich nachdem wir ihm noch den Rest gegeben haben komm her scheiße wessen Leiche ist das denn hab dich du Pisser jetzt hat er da hinten natürlich Verdacht geschöpft war das geplant ja das war nein rennen 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 ah mission fehlgeschlagen ah peinlich peinlich pro gaming skills also bis Alkohol gut dann probieren wir es nochmal in der nächsten Folge würde ich sagen und vielleicht läuft es dann besser so so ja so 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 Vielen Dank.